Sehr wichtig, guck mal, das Wasserbrett, da muss Wasser drüber nachdenken, das muss feucht sein, also, jetzt kommt da Teig drauf, so, guck, der ist jetzt gerade ideal, Messer, das Wasser muss kochen, rein dunkeln, glatt streichen, sehr wichtig, da vorne, guck mal, das muss ganz, ganz glatt sein, und dünn, also, jetzt kocht das, jetzt rein dunkeln, sehr wichtig, immer nass, jetzt wird das Ding doch nicht so, guck, immer wieder rein dunkeln, guck, wie dünn das da vorne ist, Siehst, also, wenn es so halb ist, rein dunkeln, vorne, glatt streichen, immer vor streichen, glatt, sehr wichtig ist halt, dass es immer nass ist, und dann geht das, und dann flutscht das, guck, Siehst, Ja, das ist, das wird hier mal raus, so, nachdem du es auch.